Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid auf einem Kaffee mit mir. Auch heute habe ich euch einen Gast mitgebracht. Dazu aber gleich mehr. Ja, liebe Freunde, seit einigen Wochen gibt es Demonstrationen in einigen Städten, auch hier bei uns in Aachen. Unterschiedliche Menschen protestieren gegen die Corona-Bestimmungen, die Bundes- und Landesregierung verordnet haben. Die Einschränkungen halten Redner für falsch oder übertrieben. Zugleich meinen sie zu wissen, dass hinter den Verordnungen eine Art Verschwörung steht, um unsere Freiheiten zu beschneiden. Etwa der Gründer von Microsoft Bill Gates und die US-amerikanische Politikerin Hillary Clinton seien Teil der Verschwörung. Zudem wird es bald einen Impfzwang geben, gegen den man sich jetzt schon wehren müsste. Ich finde das alles ziemlich ein Quatsch. Viele Teilnehmer der Demonstrationen waren bisher parteilos. Etliche kommen aber auch aus der Partei AfD und aus der Pegida-Bewegung, die den Islam in Deutschland fürchtet, sowie aus rechtsextremen Kreisen, die ein internationales Judentum behaupten. Liebe Freunde, in unserem Land herrscht Gott sei Dank Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Jeder darf denken, was er oder sie meint, denken oder glauben zu müssen. Dass die Teilnehmer der Demonstrationen auf Schutzmaßnahmen wegen Corona verzichten, müssen sie mit ihrem Gewissen vereinbaren oder mit den Nachbarn auf den Straßen und Plätzen. Soweit mag es eine Ordnung haben. Nicht in Ordnung ist, dass Fremde und andere Religionen zu Verschwörern erklärt werden und dies zum Anlass genommen wird, sie zu verachten. Nicht alles. Was jemand nicht versteht, ist gleich eine Verschwörung finsterer Mächte. Liebe Freunde, jede christliche Gemeinde, hier bei uns oder wo auch immer, ist froh über Meinungsfreiheit. Christen sind nicht froh, wenn andere Religionen der Verschwörung bezichtigt werden. Dagegen sollten wir uns wehren. Mit allen erlaubten Mitteln eine gute Streitkultur entwickeln. Wir haben klar zu widerstehen, wenn es, wie schon mal im sogenannten Dritten Reich, um ein angebliches internationales Judentum geht. Wenn Rassismus das Menschenbild bestimmt, wer die Wahrheit nur auf seltsamen Seiten im Internet sucht, wird sehr schnell bei falschen Tatsachen landen. Liebe Freunde, unser Gemeinwesen lebt vom Gespräch und Austausch, von Diskussion und Streit. Und nicht immer gibt es einfache Antworten. Als Christen und überhaupt, wir feiern bald Pfingsten, den Geburtstag der Kirche, Fest des Heiligen Geistes. Für uns Christen bitten wir um Gottes Geist, der einander suchen und finden lässt, der hilft, trennende Gräben zuzuschütten, der Brücken baut gerade dort, wo es schwierig ist. Und, liebe Freunde, Gottes Geist kann auch ganz anders wirken, als wir uns das vorstellen. Dazu eine kleine Geschichte aus Amerika. Sie staunten nicht schlecht, die paar Menschen, die vor einiger Zeit ein Testament aufmachten. Eine weithin unbekannte Sekretärin war gestorben in New York im Alter von 96 Jahren. Was soll die schon hinterlassen? So sitzen sie um den Tisch, Angehörige und die Rechtsanwältin. Kurz darauf aber staunen sie nicht schlecht. Die Unscheinbare hinterlässt umgerechnet über 5 Millionen Euro für Bedürftige ihrer Stadt. Das Geld hatte sie angesammelt in ihrem Dienst. Immer wenn ihr Chef über sie als eine Sekretärin, als seine Sekretärin einen Aktienkauf an seine Bank durchgab, kaufte die Sekretärin ein paar dieser Aktien auch für sich und häufte ein kleines Vermögen an, umgerechnet fast 7 Millionen Euro. Auch ihre Freunde und Bekannte bekamen etwas von dem stattlichen Erbe. Das meiste Geld aber bekamen Obdachlose, die Bedürftigen in einer Sozialeinrichtung und begabte Kinder, die ohne Geld zu keiner Ausbildung kommen würden. Liebe Freunde, ich denke, man staunt manchmal nicht schlecht über so viel Geist. Stillen Geist. Keiner bei der Testamentseröffnung hat eine Ahnung. Auch an vielen anderen Orten der Welt, denke ich, und ich weiß es. Gibt es Menschen mit solch einem Geist, einem Geist für andere? Ich habe genug, sagen sie. Darum lege ich etwas beiseite für die, die wenig haben oder nichts. Ich bin gesichert, sagen sie. Jetzt will ich versuchen, andere abzusichern. Die Zukunft kann anstrengend werden für die, die nicht vorsorgen können. Liebe Freunde, stille Menschen können manchmal mehr Geist haben, als man denkt. Manchmal sogar Heiligengeist, wie die stille Sekretärin. Man muss nicht viel von Gott reden, wenn man viel Geist hat. Heiligengeist. Das kann auch ganz still sein, ohne jedes Brausen vom Himmel. Er denkt aber an andere, sorgt sich um sie, wie die Sekretärin, die Jahr um Jahr etwas beiseite legt, um Gutes zu tun, ohne den Ruhm dafür zu kassieren. Ich könnte noch andere Beispiele nennen. Ich denke, auch ihr kennt Beispiele. Liebe Freunde, seine Arbeit verrichten und dabei nicht die Menschen aus dem Blick verlieren. Verantwortung übernehmen, auch schwierige Entscheidungen umzusetzen. Sich geduldig für Bedürftige, für Fragesuchende, Fremde einzusetzen. Lieber Wolfgang, ich begrüße dich. Sag mal, wer du bist und was du machst. Mein Name ist Wolfgang Sanders und ich bin Leiter des Bezirksamtes hier in Brand. Darüber hinaus bin ich als Geschäftsführer für den Bürgerverein ehrenamtlich tätig. Was ist in deiner Behörde bei euch so in der letzten Zeit passiert? Was fällt so an? Die letzte Zeit habe ich dienstlich, aber auch persönlich als belastend empfunden. Das liegt an der Sorge für meine Mitarbeiter, an der Sorge für Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die der Risikogruppe zuzuordnen sind. Und wir haben es aber geschafft, innerhalb der Dienststelle den Ablauf so zu gestalten, dass es einigermaßen funktioniert, dass wir weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger hier in Brand da sein können. Das war wichtig. Und für mich war es auch wichtig, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und somit auch einen geregelten Ablauf zu haben. Wo gab es Schwierigkeiten oder Stress in den letzten Wochen bei dir oder deinen Mitarbeitenden? Stress gab es eigentlich eher weniger, weil wir auf Terminsprechzeiten übergegangen sind, um den Publikumsdruck besser steuern zu können. Aber Schwierigkeiten gab es natürlich eine ganze Menge. Insbesondere bei der Kommunikation. Es haben fast keine Besprechungen mehr stattgefunden. Die Bezirksvertretungssitzung im März musste leider ausfallen. Und viele Dinge haben einfach nicht stattgefunden, mussten abgesagt werden. Veranstaltungen, Termine. Das war schon sehr schwierig. Würdest du denn sagen, die letzte Zeit hat doch irgendwas Besonderes, vielleicht sogar Positives für dich oder für andere mitgebracht, die du erlebt hast? Es hat in gewisser Weise eine Entschleunigung mit sich gebracht. Für mich persönlich. Ich merke das eben auch, dass ich mehr Zeit habe, weil ich keine Abendtermine habe, weil ich abends weniger unterwegs bin, dienstlich oder auch privat. Auch im Dienstablauf hat sich manches entschleunigt durch die Termine. Wir konnten Dinge aufarbeiten, die vorher liegen geblieben sind. Aber ich merke auch, dass der Betrieb langsam wieder Fahrt aufnimmt. Ja, und was hast du gemacht in der freien Zeit oder die du auch immer mehr hattest zur Verfügung? Ich habe mich mit meinem Hobby beschäftigt, mit dem Fotografieren. Ja, erzähl uns ein bisschen was. Du hast ein interessantes Hobby. Ja, seit dem 18. Lebensjahr trage ich eine Spiegelreflexkamera mit mir herum. Und ich mache gerne Aufnahmen einerseits von Menschen, aber auch von Szenarien. Da ich gerne reise, nutze ich die Kamera natürlich auch, um doch Dinge festzuhalten. Aber das ging ja in der letzten Zeit gar nicht, das Reisen. Und so habe ich mich wieder mehr mit dem engeren Umfeld befasst. Ich bin auf Brand unterwegs gewesen und auch in der Aachener Innenstadt, um da eben Szenen aufzunehmen, die wir so hoffentlich nicht noch mal erleben werden. Menschen, leere Straßen und Plätze beispielsweise. Du hast uns was mitgebracht. Sag uns zu den Bildern, die wir dann gleich sehen werden. Ich war beispielsweise auch mehrmals abends unterwegs in Aachen in der Innenstadt, um Bilder zu machen. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht mit Sehenswürdigkeiten drauf, die wir als Öcher alle kennen und lieben. Also aufgepasst und hingeguckt. Vielen Dank schon mal. Gerne. 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 Wir haben jetzt ein paar goes. Wir machen jetzt ein paar Augen mit Grafen, die wir dann nehmen, hier zusammen und彎ernなんです ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gottes Segen, macht es gut, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einem neuen Gast. Und vielen, vielen Dank, auch dir nochmal. Tschüss.